So, mit dieser Folge ist das jetzt, glaube ich, die längste Staffel von Stadt Filmabend, die ich gemacht habe, was vermutlich auch erklärt, warum hier so viel kaputt ist. So, haben wir, Bench läuft hier rum. Bench möchte mal bitte hier die Sachen tragen. Hefim kann hier die Leiche von dem einen. Oh je, da sind noch mehr. Naomi nicht. Chi hat gute Laune. Chi hat gute Laune, weil Chi kein Träger sein will. Okay. Okay. Ähm, dann eben Woody. Bereits und hier benutzt, was? Okay. 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 Macht, wie ihr meint. So, hier haben wir Bäume, die wir abholzen können. Ähm, nicht so schossig viel, ne? Haben wir alles schon abgeholzt hier? So. So, wie gesagt, wir warten, bis die alle wieder einigermaßen gesund sind. Dann gucken wir, dass wir Granaten hergestellt kriegen. Und Kerstin ist im Schießrausch. Sehr schön. Hä, aber Kerstin für die nächsten acht Tage. Sehr gut. Das ist nicht schlecht. Haben wir alles. Hier ist noch ein Stück Schiff. Das können wir abreißen. Und diese ganze Pampe können wir auch abreißen. Und dann liegen hier tatsächlich noch Plaststahl und Stahl herum. Und hier ist auch noch jede Menge... Eine Besuchergruppe. Eine Gruppe der Fraktion der Clan der Grube besucht die Kolonie zum Outspringen. Äh, geht da mal nicht zu nah an die... Habt ihr... Wollt ihr was verkaufen? Ne, wollt ihr nicht, wa? Naja, dann nicht. Äh, geht da mal nicht. Wir brauchen mehr Strom. Und wir können hier eigentlich gleich... Äh... Gibt's hier denn eigentlich... Haben wir hiervon noch irgendwas? Dünnes Leder vielleicht? Ne, haben wir auch nicht. Hm. Feuer? Wo? Achso, ist ein Bumelauf. Naja, das... Oh, Mechanoiden sind aufgewacht. Und... Okay. Eine... Kurznachricht. Ja. Hatte hier nichts, äh... nichts Wichtiges mit zu tun. Wudi löst Falle aus. Meine Güte, warum lauft ihr alle in die Fallen? Wudi, 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 Wudi. Weißt du was? Wir bauen hier überall Türen hin, damit die Leute um die Fallen rumgehen. Vielleicht hätten wir das gleich machen sollen, aber... Ich könnte ja nicht ahnen, dass die hier so... tollpatschig sind. Äh... So. Da blockt die Sonne. Ah, siehst du, die Tür ist fertig. Sehr gut. Oh, eine Vase! Die können wir mal hier irgendwo... in einen der Räume stellen. Eine Barrikade kann man hier bauen. Eine Barrikade kann man hier bauen. Waaat?! Waaat! Waaat! Cool! So, einen haben wir schon mal ausgeschaltet. Auch wenn das so jetzt... Oh, jetzt kommt der Rest hier auch noch hoch. Nein! Warum greifen die an? Die anderen haben wir auch nicht angegriffen. Oh, wo können wir uns denn mal hin... hin verschanzen hier? Oh, warte mal. Wir stellen uns mal ein bisschen auseinander. Sag mal, hat Bench keine Waffe dabei? Bench hat keine Waffe dabei. Äh, ja, dann Bench. Äh, ja, dann Bench. ins Krankenhaus gehen. In's Krankenhaus gehen. Oh, fuck! Ich hab kein Waffe dabei. Aber... ... ... ... Ist im Schießrausch, aber hat keine Waffe. Meine Güte. Carsten, was wie wo? Warum? Wer ist denn tot? Niemand. Carsten ist nur einfach ein bisschen... Ah je, kacke. So, weißt du was? Ich bin sehr verletzt, also gehe ich jetzt mal Carsten retten. Und ihr drei... Macht euch zum Ziel, hilft ja nichts. Also... Also... Was? Okay! So, jetzt haben wir hier noch den Turret. Den machen wir auch kaputt. Ah, das Teil ist das. Toll, ja. Warum kannst du nicht schießen, oder was? Oh! Okay, noch leben alle. Markus, nein! Das explodiert gleich. Bewusstloser Kolonist. Hier ist bewusstlos, okay. Rett dich hier den Chefkoch. Und ihr sollt auch alle, bitte. Was ist das hier? Ein Luchs. Okay. Steht hier sonst noch jemand rum? Wo die kann mal das Gewehr hier... Nee, kann er nicht, weil er nicht tragen kann! Okay. Okay. Hm. So, jetzt könnte es auch bald mal wieder Tag werden, finde ich. Jetzt ist Kerstin tot. Okay, wo haben wir Kerstin? Die letzten Ereignisse im Leben von Kerstin. Der Schuss von Raupe traf Kerstins Oberkörper. Raupe traf Kerstin mit Impulsblasterschuss. Der Impulsblasterschuss von Raupe durchlöcherte Kerstins linkes Ohr. Der Impulsblasterschuss von Raupe traf Kerstins linker Arm. Blutverlust kostete Kerstin das Leben. Okay. Dann tun wir das mal... Da uns mal drüber... So. Äh, drum kümmern. Die, 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 die schummeln. Ähm... Doink. So. Haben wir noch Leute, die... Okay, das brauchen wir dann auch alles gar nicht bauen hier. Oh, Chi! Verdammt! Markus auch! Aber Kerstin wurde gerade von den Toten erweckt. Ähm... Und Nunu kann bitte Chi retten. Tod in zwei Stunden, Tod in sechs Stunden. Ups. Ups. Ah! Chi ist tot. Okay. Kennen das Spiel. Blub. 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 Ähm... Hypothermie. Markus. Okay, Markus wird ja gerade reingetragen. Das ist... Na? Ha! 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 So, jetzt hoffen wir mal, wir haben einen Moment Ruhe hier. Weil... Kann's ja wohl nicht sein hier. Uh! Markus ist an Wundinfektion erkrankt. Auch das noch. Verrückte Steinböcke. Ja, was soll's. Zum Ort springen. Eine Sonnenfinsternis. Wir haben jetzt gerade... Sonnenfinsternis-Gerät kaputt gemacht. Und jetzt kommt gleich wieder eine Sonnenfinsternis. Großartig. Groß-a-tich. Was... Was... Was war das? Ach, das war einer von den verrückten Steinböcken. Nicht rette Geist. Oh, wir haben einen Turret kaputt gemacht. Die Seppel. So, machen wir hier mal die MP-Granaten. Stattdessen machen wir mal die Explosiven-Granaten. Das ist vielleicht besser. Ähm... Nussi kann mal hier die... Kann er nicht. Ach so. Wir brauchen... eine Zone. Mechanoiden-Vermeidung machen wir mal wieder auf alles. Weil momentan haben wir keine Mechanoiden. Und dann soll Nussi die Bauteile holen. Und sagen wir mal... Carsten, der mittlerweile genug hat von seinem... Äh... Von seiner inneren, äh... Immigration, äh... Möchte bitte die... Plastal-Teile hier... Wegtragen. Okay. Das ist unser... Unser Heu geht langsam so ein bisschen aus. Es wird Zeit, dass wir wieder Temperaturen haben, wo man Sachen anbauen kann. Sonst müssen wir hier am Ende noch Heu. Okay. Hier ist zusammengebrochen und läuft traurig um Haar. Das geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war müde. Okay. Okay. Kerstin braucht eine Schusswaffe. Äh... Kerstin kriegt das Impulsgewehr. Nussi hat. Bench braucht. Kriegt die üble Maschinenpistole. Carsten braucht auch. Der kriegt, äh... Hatte der nicht mal das Präzisionsgewehr? Wo ist das hingekommen? Ha. Hat er verbaselt scheinbar. Oder liegt das hier unten? Da muss er... Wenn dann hier oben liegen, wo Carsten... Hm. Na gut, Carsten. Dann kriegst du halt... Es ist ein biokodiertes Repetiergewehr. So. Ratte hat. Naomi braucht nicht. Chi. Wo zum Teufel? Okay. Was wir auch mal machen können, ist hier... Äh... Zwei Maschinenpistolen oder drei herstellen. Sonnenfinstern ist es vorbei, ja? Wie großartig. Wie... Jephi... ...baut eine Maschinenpistole. Das kann er... Okay, schon fertig. Wo hat er die denn jetzt hingetan? Markus ist an Wundinfektionen gestorben? Was ist hier los? Sag mal. Heute sterben sie alle. Die letzten Ereignisse im Leben von Markus. Hypothermie ließ Markus kraftlos zusammenbrechen. Eine Wundinfektion ließ Markus kollabieren. Eine Wundinfektion kostete Markus das Leben. Äh, gut. Ähm, Optionen kennen wir ja nur schon heute. Ist jetzt die Frage. Ja, die sind noch verheiratet, obwohl es heißt, bis dass der Tod durchscheidet. Okay, ist gut zu wissen. So einfach kommst du da nicht raus, Markus. So. Okay, wo haben wir denn? Na gut, ob wir das jetzt noch brauchen hier, die Barrikade, ist wieder eine andere Frage. Aber hier haben wir jetzt schon mal die Türen, damit die Leute nicht mehr in Fallen laufen. Das hilft hoffentlich. Hier liegen noch ein paar EMP-Granaten. Okay. Jefim. Könntest du Jefim... Nein! Nicht wieder Xenomorphel. Hier oben. Ich meine, die können sich hier ja lustig ausbreiten. Oh Gott. Die bauen sich Gänge hier durch. Toll. Toll! Toll! Hä? Was ist nur los? Ähm, naja. Super. Da können wir dann auch nicht mit dem Mörser schießen, weil da ist ein Dach drüber. Ich hoffe nur, dass die meine Batterien hier nicht kaputt machen. Ich habe extra diese Lampe hier hingestellt, damit keine Insekten spawnen. Und was passiert? Ein bisschen außerhalb des Radios spawnen Insekten. Wir können mal die Tür verbieten. Prostetik. Sehr gut. Und, ähm, Gehirnchirurgie. Äh, was... Hightech-Labortisch brauche ich. Okay. Kann ich den nicht schon bauen, den Hightech-Labortisch? Habe ich keinen Hightech-Labortisch? Ich habe doch einen Hightech-Labortisch. Also warum kann ich das nicht erforschen? Benötigt Laborausstattung Multi-Analysator. Okay, Multi-Analysator. So, wir haben jetzt die Tür verboten, sodass die hier nicht reingehen können, zumindest die Kolonisten. Frage ist, ob die sich dann früher oder später hier rausgraben. Also da sollten wir, äh, hier vielleicht ein paar Fallen hinstellen. Okay, einfach anstatt immer neue Türme zu bauen, können wir mal die alten hier hochlegen. Okay, der kriegt keinen Sturm. Wie Konstruktion. Traurige Flüchtlinge. Gucken wir mal. Zehn verzweifelte Flüchtlinge nähern sich. Ihr Anführer heißt Fringer. Sie behaupten, dass sie gezwungen waren, ihr Dorf wegen Ernteausfällen, das kennen wir zu Genüge, ähm, zu verlassen. Fringer bittet dich um Erlaubnis, über einen Zeitraum von zehn Tagen in Anstandshagen zu bleiben, um sich auszuruhen und neu zu gruppieren. Im Gegenzug bieten sie an, während dieser Zeit kostenlos zu arbeiten und zu kämpfen. Wenn du sie zufriedenstellst, könnten einige von ihnen gewillt sein, deiner Kolonie beizutreten. Vielleicht belohnen sie dich später auch dafür, dass du ihnen geholfen hast, aber ihre wahren Absichten sind nicht bekannt. Diese Flüchtlinge gehören keiner Fraktion an. Wenn du möchtest, kannst du sie töten, gefangen nehmen, verkaufen, ihre Organe entnehmen, ohne diplomatische Konsequenzen befürchten zu müssen. Nee. Okay, also da wir jetzt schon Anstandshagen sind, müssen wir das ja eigentlich annehmen, ne? Obwohl, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, das verdoppelt unsere Population hier. Und wir haben nicht so scheußig viele Betten. Nehmen wir es mal an. Okay, was haben wir denn für Flüchtlinge? Alhabi, Brandon, Donny, Fringer, Leiter, Maker, Sammy, Shinchy und Tian und Teresa. Okay. Oh Gott, guckt euch das an hier. Genug Essen haben wir. Irgendwann ist auch wieder Frühling. Vielleicht helfen die uns beim Aufräumen. Ähm, aber, äh, das klären wir dann beim nächsten Mal, weil es ist schon wieder eine halbe Stunde um. Und, äh, ja, dann schauen wir mal, ob wir die alle auf, äh, Steinmetz, äh, äh, Arbeit einteilen oder sonst irgendwas machen. Mal gucken. Ähm, gut, ähm, wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button oder schreibt einen Kommentar, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt. Oder ihr könnt auch dem Kanal, ähm, quasi abonnieren, folgen, was auch immer. Äh, aber macht wie ihr wollt. Bis denn, auf Wiedersehen.